hallo freunde herzlich willkommen zur timelapse ederhof gerne hätte ich euch hier noch weitere folgen produziert bzw aufgenommen aber irgendwie und ich weiß wirklich nicht weshalb wenn ihr mir den tipp geben könnt weshalb ihr weshalb ich das folgende problem habe dann lasst mich gerne wissen in den kommentaren ja linda kann ich leider auch nichts mehr machen also ich habe folgendes problem weshalb das ganze hier nicht mehr läuft das wollte ich euch zur info geben weil eigentlich schade ich habe drei folgen hier aufgenommen und jetzt funktioniert nicht mehr was funktioniert ist ich komme hier in die fahrzeuge rein ich werde den spielstand natürlich so belassen wie er ist aber sobald ich den motor starte so hängt sich die kamera auf ihr seht ein bisschen an den rauchschwaden vom auspuff dass ich eigentlich die kamera dreht aber das bild hängt so wenn ich aussteigt dann hängt auch ich kann mich dann nicht mehr bewegen wenn ich den tempomat anmacht dann fährt er theoretisch aber erfährt nicht wirklich ich kann dann auch glaube ich nicht mehr richtig aussteigen und so lange der motor läuft so motor aus und ich muss erst einsteigen motor aus dann komme ich wieder raus und dann funktioniert es wieder und er ist sogar gefahren also er hat sich bewegt hier so aber eben wie gesagt so kann ich hier natürlich nicht spielen und dieses problem habe ich bei allen fahrzeugen motor an kamera kann ich nicht mehr drehen fahren könnte ich theoretisch aber so jetzt ist ein paar meter vor gefahren aber ich kann halt nicht mehr drin sitzen und auch wenn ich probiere die kamera an sich zu wechseln funktioniert auch nicht so was ich schon gemacht habe ist alle mods rausgeschmissen ich habe ich habe probiert das den spielstand neu zu laden selbst wenn ich das mache hier wir können es kann man durch excess exerzieren weiter start selbst wenn ich das alles mache und ich vermute es liegt an der karte so wir können uns jetzt hier mal ein fahrzeug kaufen ist halt völlig wurscht was kaufen ja mal so und wenn ich da jetzt mit tab rein tappen will bin ich hier im fan anscheinend drin aber es funktioniert trotzdem nicht also irgendwie hängt sich das zeug auf ich habe mir die neue version der map runtergeladen gerade die hier steht es glaube ich dran ich stehe nicht dran hier oben wäre so ein 1 funktioniert leider auch nicht von dem her muss ich euch leider mitteilen dass dieses let's play auf der betting map so nicht mehr weiter stattfinden wird das ist schade wir können gerade mal gucken hier nehmen wir gerade mal ich aktiviere hier mal bei der lapacho alle mods das ist ja unsere x11 map da könnte man auch mal gerade rein gucken ob wir hier das problem auch haben ich habe es bisher auf anderen karten nicht festgestellt wenn ihr wisst wie ich diesen fehler beheben kann dann schreibt mir das gerne in die kommentare falls ihr das gleiche problem habt dann lasst mich das auch wissen weil das wäre auch interessant ich habe auf google oder youtube bisher nichts dazu gefunden sondern da dauert es ein bisschen länger bis es geladen ist also wie gesagt ich habe eigentlich gedacht es hängt vielleicht an irgendwelchen mods aber da habe ich jetzt nichts festgestellt so hier kommen wir schon mal rein so hier kann man die kamera auch benutzen motor ist an wir können fahren also hier haben wir damit keine probleme so also daher glaube ich es liegt an der map vielleicht an der map version wie auch immer wenn ihr was wisst lasst mich wissen so nun info video bis zum nächsten mal